so servus moin und hallo mein lieben freunde und zwar ich habe euch jetzt zusammengerufen aus einem ganz einfachen grund weil ich habe in meinen videos des öfteren gesagt dass wir sorry dass der zuschauer einige wissen bei uns mit entscheiden darf was man auf den channel kommt dazu möchte ich kurz was sagen wir strukturieren jetzt den kanal noch mal um und zwar habe ich mit dem grummskull da lange diskutiert und wir haben uns dann er hat sich dann fragt er wie das funktionieren soll und da hat er nicht ganz unrecht gehabt wir haben uns da lange zusammengesetzt und wir kamen dazu den kanal um zu strukturieren wir nennen dies ein demokratisches kanalsystem das heißt dass ihr da draußen uns quasi mit dem heutigen video in die oder ab heute in die videos reinschreiben dürft was ihr an projekte wollt spiele vorschlagen und die die sagen ja das spiel gefällt mir auch ist es für uns einfacher dann das spiel zu liken also den einen daumen nach oben zu geben und dann wenn die kommen die kommen diese spiele auf eine liste und werden dann quasi nach ja werden wir diese diese liste dann abarbeiten und dieses system geld ab diesem video das heißt ihr dürft ab diesem video schon dieses demokratische in anführungsstrichen kanalsystem ja ich will jetzt nicht sagen testen weil ab heute tritt sind kraft das haben jetzt gestern noch abgesprochen und es gibt einschränkungen klar zum einen pc oder xbox one oder beides das könnt ihr euch aussuchen playstation 4 machen wir nicht und wie es weitergeht zum beispiel mit mit homefront und sniper das werden wir fortfahren und dann werden wir und dazu brauche ich eben euch weil wir haben ich habe das öfter schon gesagt uns ist die bindung zu euch da draußen sehr 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 wichtig ihr seid quasi die 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 videos gucken und wir gehen quasi nach euch das heißt ihr dürft ihr habt eine gewisse mit entscheidungsgewalt was ihr könnt uns einfach projekte in die in die kommentare schreiben oder auch bei facebook ich blende alles ein und in der infobox steht es auch dürft ihr die die spiele eurer wahl egal welche ob horror adventure außer fortnight in die infobox dann in euren kommentar schreiben keine ahnung far cry 4 oder keine ahnung sei das 2 oder was der geier und wenn die dann likes bekommen dann kommen die bei uns auf eine liste und dann arbeiten wir die quasi ab so ungefähr also ihr dürft quasi mit entscheiden was bei uns auf den kanal kommt das ist jetzt vielleicht ein einmaliges system auf youtube ich weiß nicht ob das andere kanäle schon so haben aber wir wollen das jetzt umsetzen zum einen wenn ihr es punkt a annimmt und punkt b die videos liked und die videos guckt wenn ihr sie vorschlagt das ist die voraussetzung dabei genau ansonsten haben wir da nichts mehr und mit diesem video tritt das in kraft und im anschluss an dieses video kommt far cry 5 noch aus part 10 und genau also far cry 5 im auf alt fahren das folgeprojekt von far cry 5 haben wir schon geplant und wir werden euch da nochmal bekannt geben wenn das kommende projekt sich dem ende neigt schreibt mir von mir aus jedes video eure spiele die ihr gerne sehen möchtet die euch vielleicht taugen oder wo ihr der meinung vielleicht seid die könnten zu uns passen ist egal von shooter bis super mario bis keine ahnung das dürft ihr gerne so machen wie ihr das möchtet wir picken uns da spiele raus und die werden wir dann auch spielen wie wir die spiele zocken das entscheiden weiterhin wir das ist eh klar weil das könnt ihr schlecht entscheiden aber ihr habt die hauptaufgabe oder das hauptrecht sage ich jetzt mal die spiele aus und spiele quasi unter die nase zu halten und vorzuschlagen die wir spielen könnten und die wir auch spielen werden wenn ihr das wollt und ihr könnt dieses video mit einem daumen unterstützen wenn ihr dieses system unterstützt und wenn ihr auf das i klickt findet ihr weitere videos aktuell auf unserem channel darunter ein video zu unserem fazit der gamescom und eine playlist zu far cry 5 und wir sehen uns ich hoffe ihr seid dabei und wir kommen und wir sehen uns im nächsten video hier wieder und bleibt sauber bis bald euer sacker wir verätzen kommen ja wir front Vielen Dank.